«Das Leben eben», der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft. Lange ist es ruhig gewesen mit dem Podcast, jetzt bin ich wieder zurück. Herzlich willkommen. Zurückgekommen hat auch einen Grund, und zwar bricht der Statik der letzten Woche, wo es immer wieder um Antisemitismus ging. Ich mache mir heute im Podcast ein paar Gedanken darüber. Mit dem Titel «Wenn Schranken verschwinden, lieben statt verurteilen». Am vorletzten Samstag, als wir es leider in den Medien entnehmen konnten, gab es einen Messerangriff auf einen orthodoxen Jud. Und just am Dienstag hat der schweizerisch-israelitische Gemeindebund sein jährlich Antisemitismusbericht veröffentlicht. In dem Bericht konnte man lesen, dass die antisemitistischen Tätigkeiten in der Schweiz stark zugenommen hat. Ein Mitgrund wird wahrscheinlich der Krieg im Gasenstreifen sein. Aber ich habe mir schnell einmal die Frage gestellt, was rechtfertigt uns, Menschen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier in der Schweiz zu verurteilen. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass ganz viele Menschen von uns gerne nicht andere Menschen mit jüdischem Glauben kennen. Die aktuelle Lage in der Welt ist sehr komplex. Und wir werden immer wieder mit Schlagzeilen überhäuft, die gar nicht so einfach zu verdauen sind. Über die sind Sie selber vor dem Fernsehen und sind sprachlos, wenn ich die zerstörischen Bilder sehe und denke mir, was kann man da nur machen. Und eine gewisse Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Und dann sind wir vielleicht schnell einmal dazu verleitet, dass wir versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Und das passiert am meisten dann, wenn wir anfangen, die verschiedenen Parteien in Opfer und in Täter einzuteilen. Dann können wir irgendein, wenn einmal, ein schnelleres Urteil fällen und in solchen Situationen vielleicht auch rechtfertigen, warum jetzt das passiert ist. Und dann können wir vielleicht auch persönlich besser damit klar. Aber mit diesen Überlegungen fangen wir automatisch an, Mitmenschen in Gruppen einzuteilen und dann auch Vorurteile gegenüber dieser Gruppe zu bilden. Ich bin kein Historiker und darum möchte ich mich auch nicht näher zu einem Ostkonflikt äußern oder auch urteilen oder richten. Aber ich habe jüdische Freunde mit einem jüdischen Glauben und ich durfte schon ein paar Mal mit ihnen reden. Und in diesen Gesprächen konnte ich immer wieder von ihnen profitieren, von ihnen lernen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, wo man so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Und zwar war das vor ein paar Jahren. Ich war dort mit einem Freund, mit einem Freund, der jüdischen Glauben hat, im Zug unterwegs. Er hat das WC aufgesucht und nach längerer Zeit ist er dann zurückgekommen. Und natürlich habe ich nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, weil er so lange weg war. Und er hat zur Antwort gegeben, dass die Toilette stark verschmutzt war. Und er musste die Toilette putzen, bevor er wieder gekommen ist. Auf meine Nachfrage, warum er das gemacht hat, hat er mir offenbart, dass seine Eltern ihm schon sehr früh beigetragen haben, dass man in solchen Situationen für Sauberkeit sorgen sollte. Die Eltern haben ihm die Gewohnheit vermittelt, weil sie aus eigener Erfahrung gewusst haben, dass in unklaren Fällen oft schnell der Verdacht auf ihre Familie fällt. Um möglichst die Beschuldigungen vorzubügen, hat man sich also entschieden, lieber den Schmutz zu besitigen, den man selber gerne nicht gemacht hat, sondern auch jemand anderes der Verursacher gewesen ist. So schnell fallen Urteile über Menschen aufgrund von Vorurteilen. Oft neigen wir einfach dazu, Menschen aufgrund von ihren äusserlichen Merkmalen, von der Herkunft oder der Religion in eine Schublade zu stecken. Es wäre doch viel spannender, wenn wir die Geschichten von dem fremden Menschen, der vor uns steht, kennenlernen, als dass wir ihn einfach in eine Schublade stecken. Jesus lehrt, uns einander bedingungslos zu lieben und den Nächsten so zu behandeln, wie wir es selber behandelt möchten werden. Seine Botschaft ist von Mitgefühl, Vergebung und von tiefem Verständnis für die Vielfalt von unserer Menschheit, von der Menschen geprägt. Denken wir doch nur zum Beispiel an die Erzählung vom Samariter, die wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 25-37 finden. Der Samariter, der bleibt stehen und hilft, obwohl er fremd ist und obwohl der andere fremd ist. Die Herausforderung, vor der er mir steht, ist immer wieder und immer mehr komplexer. Aber, wenn wir uns daran erinnern, dass jeder Mensch ein einzigartiges Geschöpf von Gott ist, dann können wir einen Beitrag dazu leisten, um Brücken zu bauen und die Welt zum Ort des Friedens zu machen. Zum Ort des Friedens in der Einheit und in der Vielfalt. Abschliessend möchte ich noch folgende Gedanken mit auf den Weg gehen. Ein Jugendlicher hat diese Woche zu mir gesagt, warum soll ich einen fremden Menschen willkommen heißen und ihm helfen, wenn doch, wenn ich in ein anderes Land gehe, mich doch niemand sich um mich kümmert. Ich weiss nicht, was für Erfahrungen der Jugendliche gesammelt hat. Aber, ich habe zu ihm gesagt, wenn alle so denken, dann wird unsere Welt nie Frieden erleben. Du kannst zeigen, wie es geht. Du kannst es besser machen. Du kannst anfangen. Zeig du deine bedingungslose Liebe. Und du kannst ein Vorbild sein. Und dann, wenn sich andere dir anschliessen, wird es irgendwann einmal Frieden auf dieser Welt geben. Ich wünsche allen eine ganz schöne Woche und behüte Gott, bis zum nächsten Podcast. Das Leben eben. Der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft. Glauben, Religion und Gesellschaft. Das Leben eben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020